Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Familie. Und die süßen Mäuse sind ja noch an ihren Hausaufgaben, aber anscheinend haben die ihre Sachen abgebrochen. Deswegen kümmert euch mal bitte darum und er sollte vielleicht schlafen gehen. Heute ist ein ganz besonderer Part, denn wir möchten heute heiraten. Dafür müssen die beiden aber sich einen Urlaubstag nehmen, weil ich würde den Tag dann schon dafür nutzen. Und wir versuchen natürlich weiterhin an genug Geld etc. ranzukommen, damit wir Moon endlich entvampirisieren können. Aber ich habe eine ganz tolle Location platziert, die sehr passend für unsere Familie ist. Das wird ja dann nur ein kleiner Kreis sein, weil wir eben gerade einfach nicht das Geld dafür haben. Aber ich finde das auch mal schön. Ich meine, wir haben hier auf dem Kanal eigentlich generell nicht so viele Hochzeiten. Haben wir überhaupt eine Hochzeit? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Aber naja, dann haben wir halt jetzt erstmal eine kleine Hochzeit. Wir werden schon noch irgendwann eine große Hochzeit haben. Und wenn ihr hier fertig seid, dann geht mal bitte schlafen, weil es ist schon mitten in der Nacht. Und ich habe zwei neue Sachen hinzugefügt, wie in dem neuen Pack. Wie gesagt, wenn euch noch irgendwelche Sachen einfallen, die wir hinzufügen können zu unserem Dokument, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare, weil ich bin ja, also ich vergesse ja auch manchmal ein paar Sachen und so. Und wenn ihr irgendwas habt, dann schreibt es mir, wie gesagt, gerne. Je mehr Auswahl wir haben, desto besser natürlich, weil dann können halt unterschiedlichere Sachen passieren jedes Mal. Und das ist ja genau mein Ding und das ist ja auch der Sinn der Challenge, deswegen, ja. Und heute müssen wir die 63 abklappern. Irgendwie in letzter Zeit sind wir immer ganz schön weit unten gefühlt. Lade deine Freunde ein. Finde ich sehr, sehr passend, weil wir wollen ja eh heiraten. Da lade ich dann ja eh meine Freunde ein. Zumindest so viele, wie es halt geht, ne? Ihr seid so süß. Stimmt, sie hat ja dieses komische Burnout-Ding. Aber dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn sie heute nicht arbeiten geht. Und dafür heiraten wir ja. Also ist das ja in Ordnung, oder? Ich hoffe nicht, dass sie Burnout bekommt, weil das wäre ein bisschen kritisch. Eigentlich, wenn wir angeln und so, theoretisch könnten wir die Fische auch verkaufen, oder? Also ich meine, wir werden jetzt nicht so viel Geld daraus kriegen, aber ich weiß nicht. So ein Feini, ne? Bruno ist immer überall dabei. Er sitzt einfach nur daneben. I love it so much. Dann müssen die sich aber ja auch in den Urlaubstag nehmen, weil ich will nicht so spät erst kommen. Okay, die bringt sieben Simoleons. Ne, I'm sorry, aber das ist mir dann auch nicht wert. Könnten theoretisch diese Tuning-Teile verkaufen. Sind zumindest 160, ne? Er hätte auch noch ein paar. Scheiße, wir haben ja auch noch Rechnungen. Äh, was ist mit diesem Spielzeug? Ganz kritische Kiste hier. So, ihr macht euch jetzt erstmal alle fertig, dass ihr alle halbwegs gut drauf seid. Ja, genau. Es ist sehr gut, dass sie ihrem Trauer hier gerade versucht entgegenzukommen, weil heute soll ein glücklicher Tag werden. Aber wir kriegen ja auf jeden Fall auch Geld, weil wir ja einen Urlaubstag genommen haben. Das heißt, die Rechnung müssten wir auf jeden Fall irgendwie bezahlen können, aber schwierig, schwierig, schwierig. Digga, das ist doch jetzt alles scheiße. Wir haben gerade echt Geldprobleme. Und dann haben wir so viele Sachen, die wir so teuer bezahlen müssen. Wann werden die Kiddies zu Teenagern? Ach du Scheiße. Die wollte ich ja eigentlich auch dann direkt umwandeln. Das ist kritisch. Och, Leutis. Es geht hier schon wieder alles schief. Hallo, es sollte heute meine Happy-Folge sein, ja? Es ist ja wütend. Oh mein Gott. Äh. Der Einzige, die happy ist, ist Cloud. Nee. Und, hör auf im Müll zu spielen. Wir sollten jetzt einfach gehen. Ich habe das hier in New Cross platziert. Das Ganze heißt Wedding with a View. Ich fand das eigentlich sehr passend zu uns. Und dann Evelyn kann kommen, Gladiola kann kommen. Ja, die können... Okay, mehr Leute können ich schon gar nicht einladen. Ja, let's go. Das ist schon in Ordnung so. Wie gesagt, das wird jetzt ja auch keine große Hochzeit. Wir werden halt die Zeremonie abhalten und so, ne? Aber ich habe denen auch schöne Outfits gegeben. Deswegen sollte schon hinhauen. So, ich habe mal kurz alle umgezogen. Und hier haben wir unsere süße Moon. Ich finde, sie ist so, so hübsch. Ich habe ihr halt eher was Schlichteres gegeben. Nichts krass Besonderes. Weil ich dachte halt, wenn es halt nur so in so einem kleinen Kreis ist, als ob man dann so ein komplett pompöses Kleid tragen würde, finde ich halt ein bisschen unpassend. Aber ich finde das halt richtig hübsch trotzdem an ihr. Sie ist sowieso immer richtig schön. Und Jericho hat einfach auch einen weißen Anzug an. Die Kinder haben halt ihre ganz normale Abendkleidung. Und was mir aufgefallen ist, ich glaube, das ist dieselbe Frisur, die Moon als Kind hatte, oder? Das ist irgendwie auch süß. Ja, und die anderen haben halt auch ihre ganz normale Abendkleidung an. Und hier ist das Ganze übrigens. Also die Location. Ich finde das halt ganz süß. Das ist halt so ein bisschen kirchlich, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und hier ist es halt ganz schön. Also wenn man hier so reinkommt, dann ist hier halt dann das, wo man dann die Zeremonie halt halten kann. Und hier ist dann so eine Location, wo man dann halt noch essen könnte und so. So extrem werden wir das ja gar nicht nutzen. Und hier draußen ist aber auch nochmal was. Aber da werden wir nicht hingehen können. Weil wir müssen da, glaube ich, nicht drüber reden. Ja, und ich finde es halt eigentlich ganz süß hier. Also es sind noch so Sitzmöglichkeiten und so. Ja, also ich finde es eigentlich hübsch. Und für uns reicht es auf jeden Fall jetzt auch. Dann werde ich jetzt Moon und Jericho aus der Runde rausgehen. So. Und dann können die Kinder sagen, okay, wir möchten uns bitte einmal alle hier zusammen hinsetzen. Okay, sie setzen sich nicht hin. Super. Das ist doch traurig. Egal. Ist mir egal. Das Wichtige, wir möchten jetzt Moon Drew heiraten. Moment. Halt, stopp. Wir möchten Screenshots. Das wird hier ein schöner Tag. Wirklich. Oh. Ich finde es jetzt schon toll. Oh. I love you. Ihr seid so süß. Oh mein Gott. Kussi, kussi. Sieht auch ein bisschen wild aus hier. Aber es ist okay. Jetzt kommt der Ring. Super. Ja. Süß. Und die haben alle nicht zugeguckt. Wow. Ihr seid richtig geile Freunde auf jeden Fall, Leute. Liebe euch. Ich werde jetzt hier nochmal mit einer Pose wenigstens ein Foto machen fürs Thumbnail. Und dann brauchen wir zu Hause machen wir am besten dann noch Fotos von den beiden. Bin ich lost? Ich habe einfach zweimal ihnen dahin teleportiert. Bin ich dumm? Nee, am besten dieses ganze Pose-Pack hier. Sieht sehr süß aus. Die haben beide den allerersten Kuss bekommen. Ich glaube nicht, Leute. Oh. Das ist richtig süß. Yay. Ich meine theoretisch, wir könnten auch einfach hier so ein Kameradings hinstellen, ne? Ich mache das jetzt einfach. I mean, I love Engagement und, und, und Mary, Just Mary Sachen. Foto machen mit. Oh mein Gott, I love you. Ich bin halt auch einfach dieser Mensch. Ich brauche diese Fotos dann in meinem Haus. Also das sind so Sachen, die werden wir auch halt die komplette Legacy über dann behalten, so, ne? Deswegen, ich bin halt auch traurig, dass wir halt keine Fotos von Carla haben. Die sind so doof. Aber ist auch irgendwie geil. Was macht ihr hier? Ich will so richtig süße Fotos haben, die so, könnt ihr euch nicht knutschen? Gab es nicht mehr Posen? Sowas finde ich ja ganz toll. Ist trotzdem süß. Falls wir hier nochmal hingehen sollten, um zu heiraten, tue ich das erstmal weg. Pff. Nicht, dass ich mir so denke, hä, warum steht da das im Weg? Yay. Jericho hat Moondrew geheiratet. Könnt ihr maybe einmal einen langsamen Tanz machen? Einfach. Ich brauche das. Oh mein Gott, warum geht die denn raus dafür? Darum haben wir hier nicht gewettet. Ich weiß, meine Rechnung, es tut mir leid. Oh, ihr seid süß. Aber irgendwas klippt hier, was wegen der Arm die ganze Zeit viel länger ist, als er sein sollte. Aber das ist okay. Toll. Und sie ist hier erstmal Chips oder so. Wow. Super. Tolle Hochzeit auf jeden Fall. Nein, aber ich bin wirklich froh, dass es jetzt hier endlich soweit ist. Für immer nah und eng. Das ist das süßeste jemals. Ich habe übrigens seiner Schwester ein Umstyling gegeben. Also sollte sie nochmal irgendwie Interesse haben, uns zu besuchen, kann sie gerne vorbeikommen. Süß. Immerhin tanzen die hier zusammen, ja. Die stehen hier auf dem Klo und reden miteinander. Romantisch ist das hier alles. Ich war halt auch immer überlegen, wie in Flitterwochen und so. An sich wäre das total schön, aber wie gesagt, wir haben halt einfach nicht das Geld. Ansonsten, ja. Ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, dass man dann später nochmal sowas macht, von wegen, dass nochmal dieses Ehegelübde auffrischen oder so. Das könnte man halt dann nochmal machen, vielleicht irgendwann. Wenn wir halt die Zeit dazu finden. Das ist ja immer auch so eine Sache. Dann müssen wir einfach mal schauen, ne. Ob wir das hinkriegen. Und ob man dann da halt dann was Größeres macht. Oder ob wir mal so in Urlaub fahren. Das ist natürlich auch möglich. Moon und Sunny wollen Spaßhügel sein und ehrlich gesagt sehe ich das. Heiratsurkunde. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Das ist neu, oder? Oh mein Gott, ist das süß. Das macht mich gerade so glücklich. Oh mein Gott. Tango für zwei. Jericho spürt sein Herz klopfen, nachdem er zum ersten Mal seine Tanzschritte gezeigt hat. I love you. Sind unsere Freunde überhaupt noch da? Ich glaube nämlich nicht. Traurig. Ach, meine beiden Prinzessinnen sitzen hier nebeneinander. Warum ist die so krass müde? Was hat sie getan? Also zumindest haben alle hier Spaß. Also das ist doch die Hauptsache, oder? Zumindest die Family hält zueinander. 270. Yeah. Ach man. Die haben zu Hause eh keinen Strom jetzt, ne. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Die werden hier alle gute Freunde. Das ist richtig süß. Diese Familie macht mich richtig happy. Bin ich ehrlich. Ich habe damit jetzt erstmal kein Problem. Wir nehmen das mal an. Ja, dann gehen wir denke ich auch mal langsam nach Hause. Auch wenn wir keinen Strom haben. Das Leben ist in Ordnung. Oh mein Gott, die Haushaltshilfe habe ich auch schon wieder vergessen. Äh, hehehe. Sie stinkt schon wieder. Warum stinkt sie immer so schnell? Die Kinder können auch mal Frösche suchen gehen im Teich. Daraus können wir potenziell auch Geld machen. Wir müssen jetzt wirklich alles versuchen eigentlich. Ein Blattfrosch. Immerhin. Jericho ist gesellig. Ein Sonnensurferfrosch. Feuer? Wo? Was? Why? Es sollte ein schöner Tag werden. Hör auf. 143. Alles fürs Geld. 125. Guck mal. Dann nimm mal den hier rüber. Da einmal züchten. 10. Wow. Erstes Feuer. Toll. Ist das normal, dass hier Bauklötze stehen für Kleinkinder? Ich finde da nichts, dass man irgendwie ausgraben könnte oder so. Mann ey. Brandheiserinnerung. Toll. Das ist deren Heimatgrundstück. Das ist doch voll scheiße jetzt. 560. Das reicht aber noch nicht für die Dings, ne? Sieht auf jeden Fall aber wenigstens nicht mehr das mit den Burnout-Dings. Süß. Das mit der Hochzeitsurkunde hängen wir mal hier hin. So, dann mache ich da jetzt überall noch einen Rahmen drum. Ziehe ich die nochmal ein bisschen hübscher. So. Süß. Liebs. Sie fängt die ganze Zeit nur Algen. Das hilft uns auch nicht weiter. Lass mal, Beutel, bring einfach 150 Simoleons. Also beziehungsweise 50 jeweils. Wenn die Fische halt kein Geld einbringen, dann kann man die doch auch dann so verkaufen oder nicht? Also, hm. Da muss jemand mal ganz dringend die Toilette benutzen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen verkaufen würde, dann könnten wir zumindest die Rechnung bezahlen. Okay. Wir haben auf jeden Fall wieder Strom. Das ist schon mal gut. Rechnung bezahlt. Jetzt müssen wir nur noch weiter kommen mit unserem Problemchen hier. Wir haben einfach drei Simoleons. Warum bist du eigentlich schon wach? Apropos, es ist ein neuer Tag. Äh, 34. Nimm einen neuen Job an. Wir sind mich gerade verarschen. Wir brauchen das Geld. Dann machen wir das mit Jericho, weil der eh nicht so viel verdient, verhältnismäßig. Also, weil sie ist ja schon weiter. Es war richtig kacke, aber was sollen wir tun? Wenn der Dreher das sagt, dann müssen wir was machen, ne? Sollen wir ihn ins Business stecken? Dann kriegt er, glaube ich, ganz gut Cash. Also, ziemlich schnell. Wir versuchen es mal. Zumindest braucht er dafür erstmal keine Fähigkeiten. Zwei Tage bis zur Arbeit. Ernsthaft jetzt gerade? Das heißt, wir kriegen so lange kein Cash. Außer wir reisen dann mit ihm. Und gucken in den Aces Springs oder so nach Sachen. Hier. Gib mal die Frische dann an Jericho. 30. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als 10. Jericho hat jetzt, glaube ich, schon dreimal den Job gewechselt, oder nicht? Das ist einfach so krass. Der Mann kann sich halt nicht entscheiden. Also, sie geht auf jeden Fall zur Arbeit. Und ich hoffe, dass sie jetzt dann befördert wird. Aber eigentlich müsste das jetzt ja reichen. Ups. Ja, mit ihm reisen wir dann, wie gesagt, nach Aces Springs, I guess. Ich meine, den braucht er theoretisch auch nicht, den Besen, ne? Ich mach den mal weg, ganz ehrlich. Wir brauchen jetzt jede Einnahme, die wir irgendwie kriegen können. Er hat den Zauber angewendet an Reparatur und dann geht das jetzt wieder. Wow. Okay. Dann auf geht's, ab geht's. Er kann sich ja wenigstens draußen aufhalten. Hier kann man auch nach Fröschen suchen. Ich hab das Gefühl, sie ist weniger, als ich irgendwie in Erinnerung hatte. Okay. Der bringt auch 100. Sehr schön. Dann können wir den 30er verkaufen. Okay. Er hat einen Kalkstein gefunden. Er hat zwei rausbekommen. Wow. 90. Yeah. Immerhin. Wir kommen dem Ziel näher. Die Schatzkarte brauche ich nicht. Für 80. Ernte fährst du morgen, okay? Zwei diese Dinger bekommen. Besser als nichts, ha? Wir können wieder Frösche züchten. Versteigendes Ei für 70. Das für 100. Geil. Okay. Tuning-Teile. Immerhin besser als nichts, ne? Die Kapsel verkaufe ich so, weil die dann mehr Geld bringt. Nochmal ne Kapsel. Also wir können nicht sagen, dass ihr nicht zumindest versucht, hier an Geld zu kommen, ja? Nochmal ne Kapsel. Ich glaub, hier spawnen auch die ganze Zeit immer wieder neue Sachen. Das ist richtig gut. Weil hier oben war eben nix. Okay, Kalkstein für 70 wieder. 15. Naja, ist okay. Ne Ellritze. Können wir Moon geben, damit sie dann Plasma-Zeug draus machen kann. Ich mein, bis morgen schaffe ich das ja dann eh nicht. Als ob Erntefest und deren Geburtstag auf einen Tag kommen. Aber ich schaff's eh nicht, insgesamt 7500 Simoleons bis dahin aufzutreiben. Das heißt, wenn, dann können wir sowieso nur einen dazu bringen, die Vampirfähigkeiten direkt abzugeben. Wir müssen uns auf jeden Fall ranhalten, dass das halt dann noch was wird, bevor das hier endet. Und wir dann in Generation 3 starten. Weil da hab ich keine Lust, nochmal von vorne anzufangen mit dem ganzen Vampirzeug. Er mag angeln, süß. Yay, die sind noch zweier Grundschüler geworden. Ihr seid super. Das wäre deren letzter Tag jetzt. Nochmal 1 für 30. Okay. Wir können nochmal Frösche züchten. Zack, nochmal 100. Das ist doch schon mal gut. Okay. Auf geht's nach Hause. Er hat gut was geleistet auf jeden Fall. Er hat das weggemacht, dass er seinen Job wieder aufgegeben hat. Das ist halt eigentlich das Geld, was wir brauchen. Ist halt das Ding, ne? Warum muss dieser dumme Trank auch 2500 Simoleons kosten? So. Hoffentlich wird Moon ja befördert. Wir haben kein Essen mehr. Deswegen wäre es ganz super, wenn Jericho was machen würde. Von Wolken geblendet, weil er in Wolken geschaut hat. Wenn man in den weiten Himmel blickt, scheint einfach alles möglich zu sein. Ich glaube, dieses Moonlight ist neu. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. So. Befördert zu aufstrebende Anwältin. 22 Simoleons mehr pro Stunde. 450 Bonus. Eine enorme neue Interaktion, neue Kleider. Okay. Wir haben einen Urlaubstag dazu bekommen auch. Weil eben hatten wir nur noch einen. Ja, es ist noch immer kein Optimum, aber... Jetzt habe ich den auswärts aufgehangen. Ja, dann verkaufe ich ihn halt doch. Aber jetzt kann die auch nicht mehr mit dem Anfang. Jetzt hat sie schon wieder diesen Anfang von Burnout. Willst du mich verarschen? Sie hat einen Tag frei gehabt. Warum juckt sie das so sehr? Schau ein bisschen Fernsehen, damit dein Spaß hochgeht. Okay, dann möchte jemand mit uns ausgehen. Ich sage, ich goße sie. Könnte sie nicht mit fremden Leuten reden? Danke. Das ist ein kleines Mädchen. Das ist gefährlich. Aber wow. Ihr neues Outfit steht ihr gut. Asi. Hallo. Oh. Ich glaube, er mag mich nicht so. Okay, wir sollten es lassen. Ich würde sagen, mit unserem Geldproblem kümmern wir uns dann beim nächsten Mal weiter. Ich meine, es fehlen jetzt 700 Simoleons. Das ist jetzt auf jeden Fall noch machbar wieder. Ich meine, er geht dann ja auch wieder arbeiten. Vielleicht läuft das ja bei ihm gut. I don't know. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Auch wenn es wirklich wild war heute wieder. Also ich meine, es war schön, aber es war auch schon wieder chaotisch. As hell. Aber ich glaube, das macht dieses Projekt auch aus. Wir sehen uns dann hoffentlich am nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.